Ja, herzlich willkommen zu diesem Beitrag auf meinem YouTube-Kanal DeWiDividende, dem YouTube-Kanal für alle Einkommensinvestoren und die, die es gern werden wollen. Mein Name ist Anton Kneupel und ihr seid hier richtig, wenn ihr euch mithilfe eures Vermögens ein Einkommen über die Weltbörsen aufbauen möchtet. Es ist nun gut, zwei Jahre her, dass ich ein relativ besonderes Video veröffentlicht habe und das war damals zum Thema Hochdividenden-Musterdepot. Ziel des Ganzen war es auch Anlegern, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit börsennotierten, ausschüttungsstarken Sammelanlagen gesammelt haben, auch denen es zu ermöglichen, sich mit nur vier Titeln ein globales Portfolio sich aufzubauen und das sehr ausschüttungsstark. Das Video ist auf relativ viel Gegenliebe gestoßen. Mittlerweile hat das, meine ich, 10.000 Aufrufe geknackt. Nach zwei Jahren würde ich das Ganze aber ein bisschen anders aufbauen. Ich habe natürlich viel recherchiert und vor allem ganz viel gelernt über Closed End Funds, würde mich da jetzt für andere Titel entscheiden und deshalb habe ich gedacht, lege ich das Ganze doch nochmal neu auf und das unter dem neuen Namen Einkommens Startdepot. Ja, was war die Devise bei diesem Einkommens Startdepot? Ja, das Ziel war zunächst erstmal das gleiche wie beim ersten Video, also ein global diversifiziertes und kompaktes Musterdepot anzubieten und das mit möglichst hohen Ausschüttungen. Diesmal ergänze ich aber noch zur globalen Diversifikation, die Diversifikation über verschiedene CEF- bzw. Einkommensstrategien. Also im ersten Video waren die Fonds ja überwiegend, haben die ja überwiegend eine Kombination aus Kursgewinnstrategie und Dividendenstrategie verfolgt. Man denke an den Aberdeen Global Premier Properties Fund, den AWP. Das ist ja kein reiner Dividendenstrategiefonds, sondern der verfolgt eine Mischstrategie. Diesmal wollte ich das Ganze ein kleines bisschen klarer aufschlüsseln. Also ein Fonds fürs Thema Kursgewinnstrategie, ein Fonds fürs Thema Dividendenstrategie, ein Fonds fürs Thema Optionsstrategie und noch ein Fonds fürs Thema Fixed Income, also der gesamte Bereich Verzinster Papiere. Ich habe mich, um das Ganze aus Diversifikationsgesichtspunkten etwas optimaler zu gestalten, insbesondere was die globale Aufstellung angeht, habe ich mich diesmal für 5 statt 4 Titel entschieden, ist aber meiner Meinung nach immer noch ein schönes, kompaktes Einstiegsdepot, wieder mit Closed End Funds und wer sich ein Börsennotiertes, wer sich ein Einkommen über die Börsen aufbauen möchte, das mit relativ wenig Aufwand, mit einem relativ kleinen Depot, dennoch breit diversifiziert und hoch ausschüttend, der sollte jetzt gut aufpassen und wir legen direkt los mit dem ersten Titel. Los geht es mit einem Titel für die Fixed Income Strategie, also die Fixed Income Strategie, die umfasst die ganze Welt der verzinsten Wertpapiere, also Anleihen, Preferred Shares, Pflichtwandelanleihen und alle möglichen Ausformungen wie Asset-Backed Securities, Mortgage-Backed Securities und so weiter. Das ist eine ganz große Welt, ich habe mich hier aber mal für einen global diversifizierten und nicht zu speziellen Titel entschieden, der diese Strategie abdecken soll und das ist in diesem Fall der Invesco Bond Income Plus Fund, beziehungsweise die Invesco Bond Income Plus Limited, das ist in dem Fall die Rechtsform. Domiziliert ist dieser Fonds in Guernsey und der Titel ist entstanden aus einem Merger aus dem City Merchants High Yield Trust und dem Invesco Enhanced Income Fund, also einen Zusammenschluss zweier Fonds, um die Kosten zu reduzieren. Der City Merchants High Yield Trust hat eine jahrzehntelange Historie, also der ist schon sehr lange am Markt beständig gewesen und der neue gemerchte Titel, der verfolgt eigentlich dieselbe Strategie, nämlich global diversifiziert und unabhängig von Branchen in Unternehmensanleihen zu investieren und das mit überwiegendem Schwerpunkt auf Nicht-Investment-Grade Titel. Ich habe es bereits erwähnt, der Titel ist in Guernsey auf der Kanalinsel domiziliert und wird an der Londoner Börse über das Kürzel BIPs gehandelt, also BIPs. Kommen wir zu den Kennzahlen. Der Titel zahlt viermal pro Jahr Ausschüttungen, also ich würde hier nicht von Dividenden sprechen, weil es ja eher Zinsen und andere zinsähnliche Erträge sind, die hier ausgeschüttet werden. Also der Fonds zahlt viermal im Jahr Ausschüttungen bei einer Ausschüttungsrendite von aktuell 5,31%. Attraktiv bewertet ist dieser Closed End Fund aktuell auf jeden Fall. Das ist ja immer ein wichtiger Punkt bei den CEFs, dass man hier nicht zu teuer einsteigen sollte. Also wenn möglich, sollte der Börsenpreis immer unter dem NAV Net Asset Value liegen, damit man hier ja eine faire Risikoprämie erhält. Abschlag beträgt aktuell vom NAV 3,32% und das bei Managementkosten von moderaten 0,65%. Die Managementkosten habe ich hier diesmal als Kostenquote ausgewählt und nicht die Annual Charge, um hier mal die Zinskosten im Falle eines Hebels rauszulassen, damit die Vergleichbarkeit zwischen den Fonds hier besser gegeben ist. Neben den Ausschüttungsrenditen von deutlich über 5% konnten sich die Anleger bei diesem Fonds aber auch noch über kontinuierliche Wertsteigerungen freuen. In den 90ern waren die Wertsteigerungen sehr hoch. Seit der Finanzkrise ist es nur ein mäßiger Aufwärtstrend. Aber das Ganze haben wir in Kurs und NAV. Also hier konnte man sich auch über Kursgewinne freuen. Kommen wir zum zweiten Titel und das ist der Titel, der die Kursgewinnstrategie abdecken soll. Und zwar ist das der Laser Global Total Return and Income Fund. Hierbei handelt es sich um einen US-amerikanischen Closed End Fund, der global in Large Cap Aktien investiert, beispielsweise Apple oder Microsoft. Und dabei versucht der Fonds über die Realisierung von Kursgewinn hohe Ausschüttungen zu speisen, also zu generieren. Und dabei hat der Fonds eigentlich keinen Branchenschwerpunkt, also der ist global aufgestellt und auch über Branchen breit aufgestellt. Gehandelt wird der Titel an der New Yorker Börse über das Kürzel LGI. Dieser Laser Fund zahlt monatliche Dividenden und das bei einer aktuellen Ausschüttungsrendite von 6,66%. Die NAV-Bewertung ist auch hier relativ attraktiv. Der Titel ist also unterbewertet mit aktuell 2,72% Abschlag. Die Managementkosten sind hier etwas erhöht bei 1,21% pro Jahr. Kommen wir jetzt zum nächsten Titel und das ist der Titel für die Dividendenstrategie. Und zwar habe ich mich dort für den Titel Merchants Trust PLC entschieden. Der Merchants Trust wurde 100 Jahre nach der Französischen Revolution bzw. 100 Jahre vor Mauerfall aufgelegt, also 1889. Also wir haben es hier mit einem echten Traditionsfonds zu tun. Der Merchants Trust investiert über viele Branchen gestreut in klassische britische Dividenden starke Titel, darunter GlaxoSmithKline, Rio Tinto oder auch British American Tobacco, die ganzen britischen Klassiker. Gehandelt werden kann der Titel über das Kürzel MRCH. Der Merchants Trust zahlt viermal im Jahr Dividende und das bei einer Ausschüttungsrendite von 5,36%. Dieser Closed End Fund ist aber leider auch sehr beliebt. Deshalb notiert der Titel aktuell mit einem Aufschlag auf dem inneren Wert von aktuell 1,82%. Wenn man sich hier einsteigen möchte, lohnt es sich gegebenenfalls nochmal auf günstigere Kurse zu warten. NRV Bewertung wird wie immer auf den Seiten der Anbieter angezeigt. Die Managementkosten sind hier ausgesprochen günstig bei 0,35%. Neben den attraktiven Ausschüttungen gab es hier in der Vergangenheit Kursgewinne und NRV-Zuwächse satt. Also die Gesamtrenditen müssen hier ausgesprochen positiv sein. Kommen wir zum vierten Fonds und das ist der Closed End Fund, der die Optionsstrategie abdecken soll. Und zwar habe ich mich hier für den Nuveen Dow 30 Dynamic Override Fund entschieden. Hierbei handelt es sich um einen von Nuveen gemanagten US-amerikanischen Closed End Fund, der, wie es der Name bereits sagt, erstmal ganz normal in die klassischen Dow Jones Titel investiert, also in die 30 Werte, die im Dow Jones enthalten sind. Und zusätzlich dazu verkauft der Fonds laufend Call-Optionen auf dieses Portfolio. Also man versucht auf roundabout 50% des Portfolios laufend Optionen zu schreiben, um damit ein zusätzliches Einkommen zu generieren. Und daraus entsteht dann natürlich ein interessantes Rendite-Risikoprofil. Gehandelt werden kann der Titel über das Kürzel DIAX an der New Yorker Börse. Dieser Nuveen Closed End Fund zahlt viermal pro Jahr Ausschüttungen und das bei einer aktuellen Barrendite von 6,36%. Die NRV-Bewertung ist auch hier attraktiv mit einem gut 4%igen Abschlag. Die Managementkosten liegen hier bei 0,85%, was im Sektor der Covered Call-Fonds ein akzeptabler Wert ist. Die Kurs- und NRV-Entwicklung war in der Vergangenheit relativ neutral. Während der Finanzkrise ging es hier mal ordentlich nach unten. Zwischenzeitlich haben wir dann wieder die alten Höchststände ungefähr gesehen. Und mittlerweile notiert der Fonds ungefähr bei Emissionsniveau aktuell noch leicht darunter. Aber ich sehe hier langfristig ungefähr eine Wertstabilität, was ja sehr entscheidend ist bei Closed End Funds. Nachhaltig sind die Zahlungen hier auf jeden Fall. Das habe ich geprüft. Und damit kommen wir zum letzten Titel. Diesmal nochmal zur Fixed Income Strategie. Aber ich brauchte ja noch was für die Emerging Markets. Deshalb habe ich mich hier nochmal für einen Fonds mit Anleiheschwerpunkt entschieden. Und zwar das ist der Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund. Dieser Fonds investiert überwiegend in von Schwellenländern emittierten Staatsanleihen oder staatsnahen Gesellschaften oder in Schwellenländer Unternehmensanleihen. Also ein relativ bunter Korb an verzinsten Wertpapieren, die aus den Emerging Markets ja emittiert wurden. Hier behandelt es sich um einen US-amerikanischen Closed End Fund, der mit dem Kürzel MSD an der New Yorker Börse gehandelt wird. Der Fonds zahlt genauso wie der Nuveen Closed End Fund. Viermal im Jahr. Bei einer hier etwas geringeren Ausschüttungsrendite von 4,73%. Dafür ist hier die Bewertung deutlich attraktiver mit einem fast zehnprozentigen Abschlag und die Managementkosten liegen leicht erhöht bei einem Prozent. Ich vermute hier mal, dass die NAV-Bewertung auch deshalb etwas niedriger ist, weil die Managementkosten für einen Anleihenfonds dann doch etwas erhöht sind. Die Kurs- und NAV-Historie ist seit der Finanzkrise vergleichsweise stabil. In den Jahren davor, insbesondere in den Jahren vorm Dotcom Crash, ging es bei diesem Fonds deutlich bergab. Hier hat man sich eventuell mit einigen Schwellenländer Papieren verzockt oder auch zu viel ausgeschüttet. Ich denke, das ist eine Kombination davon. Die Ausschüttungen waren damals sehr hoch. Mittlerweile ist dieser Titel aber, so wie ich das beurteilen kann, zur Vernunft gekommen bzw. das Management ist zur Vernunft gekommen. Also man fährt hier einen etwas konservativeren Ansatz und die Ausschüttungen sind in den letzten Jahren auch immer gedeckt gewesen. Also hier muss man sich auf dem aktuellen Niveau keine Sorgen machen über Substanzzahlungen. Ja, das war jetzt die Nummer 5. Kommen wir zur kleinen Auswertung und ich gehe jetzt wirklich nur mal auf die geografische Diversifikation ein, weil eine intensive Auswertung dann doch den Rahmen sprengen würde. Die Geodiversifikation, die ist ja erstmal das Ausschlaggebende. Und was wir hier sehen ist, dass die Vereinigten Staaten relativ hochgewichtet sind. Das ist der größte Klumpen, sage ich mal. Aber wenn ich es jetzt auch mit anderen Portfolios, die ich kenne, vergleiche, dann ist das eine vergleichsweise niedrige Gewichtung der Vereinigten Staaten. Also ich denke, das ist hier ein absolut vertretbarer Rahmen. Auf Platz 2, das Vereinigte Königreich, ist für ein doch so kleines Land eine natürlich stattliche Gewichtung. Allerdings muss man hier beachten, dass ja durch die Kolonialzeit bedingt die meisten britischen Konzerne extrem global aufgestellt sind und meistens nur einen Bruchteil der Umsätze überhaupt im Vereinigten Königreich erzielen. Also wir haben es hier in der Regel mit internationalen Konzern zu tun, mit einem attraktiven Domizil im Vereinigten Königreich. Halte ich hier für vertretbar die Gewichtung. Auf Platz 3 ist Frankreich und auf Platz 4 China. Der Rest, der verfällt über Industrieländer, aber auch zu einem wesentlichen Teil auf andere Schwellenländer, einfach durch den Emerging Markets Fonds bedingt. In Summe ist das meiner Meinung nach eine extrem gute globale Diversifikation dafür, dass wir es hier nur mit fünf Titeln zu tun haben. Ja, da stellt man sich jetzt natürlich die Frage, für wen eignet sich ein solches Portfolio? Grundsätzlich würde ich sagen, dass bevor man so ein Closed End Fund Weltportfolio umsetzt, sollte man schon mal Erfahrungen mit Aktien, vielleicht auch mit Anleihen gesammelt haben, im besten Fall vielleicht schon mal eine kleine Dividendenstrategie mit Einzelaktien umgesetzt haben, um eben einfach so die Mechanismen der Wertpapiermärkte zu verstehen und damit man auch ein bisschen versteht, was diese Fonds machen. Weil wenn ich wirklich nichts von Ausschüttungen verstehe, wenn ich nicht wirklich nicht weiß, wie Anleihen sich verhalten, dann würde ich nicht in nochmal einen Korb davon investieren, der ja dann häufig noch ein bisschen intransparenter ist, insbesondere wenn man eben nicht weiß, wie genau die Mechanik dahinter ist. Ansonsten ist das Ganze meiner Meinung nach aber wirklich sehr gut geeignet für alle, die sich im Bereich der ausschüttungsstarken Geldanlagen erstmal global breit aufstellen möchten. Das kann meiner Meinung nach ein echter Ausgangspunkt sein für ein Einkommensweltportfolio. Ich würde jetzt aber auch nicht siebenstellige Summen in diesen fünf Titeln anlegen. Da würde ich dann vielleicht nochmal im Bereich der gedeckten Preferred Shares oder im Bereich der allgemeinen Preferred Shares anlegen. Wir haben aber auch überhaupt keine Dividendentitel aus den Vereinigten Staaten dabei. Also gibt es natürlich noch Optimierungspotenziale. So ein Fünf-Wert-Papiere-Depot kann nicht alles, was es gibt in der Welt abbilden. Australien ist auch eigentlich effektiv nicht dabei, also nur ganz niedrig gewichtet. Gleiches gilt für Kanada. Also siebenstellige Summen würde ich hier nicht investieren. Auch sechsstellige Portfolios könnten dann doch etwas mehr Diversifikation vertragen. Aber für den Einstieg, wer erstmal nur den Fuß in die Tür bekommen möchte, der fährt hier denke ich damit extrem gut und das bei Ausschüttungsrenditen von roundabout sechs Prozent zumindest, wenn man das Ganze gleichgewichtet. Je nachdem, je nach Gewichtung kann man das Ganze natürlich bei der Rendite und beim Risiko individuell anpassen. Ich bin jetzt hier einfach mal von einer Gleichgewichtung ausgegangen. Ja, zum Abschied muss ich natürlich noch eine Belehrung aussprechen. Das Ganze waren jetzt natürlich nur meine Meinungen. Also wie ich, wenn ich jetzt nochmal ein kleines kompaktes Portfolio auflegen würde. Ich habe ja selbst mittlerweile 30 Titel im Depot, 30 ausschüttungsstarke Sammelanlagen und alternative Anlagen. Aber wenn ich jetzt nochmal den Fuß in die Tür bekommen würde, dann würde ich es erstmal so machen, um einen Ausgangspunkt zu haben. Ist natürlich nur meine Meinung. Und ich möchte niemanden zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auffordern. Das ist keine Anlageberatung. Ich bin auch kein lizenzierter Anlageberater. Das ist ja alles sehr geregelt und bürokratisiert in Deutschland. Also das nochmal für den Disclaimer. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Einkommensstartdepot gefallen. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Beitrag wieder. Macht's gut!